Machen wir erst die Iron Chests alles weg. Ne, ich hätte mal gedacht, mach mal, also wir könnten, warte mal, die Iron Chests ist, nehm ich mit. Pass auf, dann flitze ich mal schnell hinter und mach mal ein paar bessere Chests raus. Wäre nicht, glaube ich, echt nicht schlecht, wenn wir gleich die größeren haben. Da brauche ich Gold und Diamanten. Dann kann der eher erst mal wirklich wieder lange laufen eigentlich. Und Eisen haben wir auch. Ich schau mal, dass ich so viele Diamant Chests wie möglich erst mal herbekomme. Ich hoffe mal, dass wir da nicht das Problem haben, dass er trotzdem, also Gold habe ich ja gerade schon ein bisschen hier drin. Ja, hab ich schon, würden wir was wieder eingeschmolzen. So. Eisen müsste man, glaube ich, noch ein bisschen haben, oder? Iron. Oh, da haben wir nicht viel. Aber da haben wir noch ein bisschen was. Nehmen wir die Hälfte rein. Crushed Tin. Und hier die Hälfte rein. Und hier schmeche ich das Crushed Tin rein. So. Warte mal, wie ging denn die Chest noch mal? Zwei Iron Chests. Ich glaube, es ging immer außen rum platzieren, das Zeug, oder? Außen rum Eisen mit der Chest. Okay. Dann mache ich noch mal zwei schnell. Dann habe ich nicht kein Ding mehr. Dann mache ich noch mal hier. Zack. Da ist eine, da haben wir das. Und jetzt brauche ich noch Diamanten. Ich glaube, da habe ich sogar Glas gebraucht. Oh, ne. Ich habe sogar noch eine Iron Chest. Das passt genau. Ich weiß, wir schmeißen unsere, äh, unser Zeug gleich wieder weg. Chest. Und zwar, wo ist sie? Diamond Chest. Da brauche ich nur zwei Diamanten und Glas. Ich habe sogar noch ein bisschen Glas. Äh, das. So, ich hoffe, das Glas, ich hoffe, es scheitert nicht am Glas und es scheitert am Glas. Ha, geil. Hm, ein bisschen Sand haben wir noch. Muss ich mal schnell warten? Warte mal. Vier. Vier für vier brauche ich. Okay. Also muss ich leider noch etwas warten. Dann schmeiße ich mal den Eimer da her, den Cyanid Breaker Producer. Den brauchen wir auch gerade nicht. Ähm, die Leadstone Energy Car brauche ich auch nicht mehr. Zulfur brauche ich mal oder nicht? Salpeter. Salpeter? Ne, Salpeter brauchen wir eigentlich nicht. Chris, du kennst ja, äh, 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 kennst du die Diamond Chests? Von der Größe her? Nein. Oh, dann wirst du dich freuen. So, jetzt brauche ich noch mal vier Glas. Peng. Da, vier Glas, haben wir sie schon. Nein. Ich brauche noch mal zwei Glas. So. Dann wirst du dich freuen und dann könnten wir eigentlich auch mal auf Diamantrüstung umspringen. Demnächst. und Diamantwerkzeug. Ich möchte irgendwie das restliche Zeug Nano, äh, Nano-Rüstung zum Beispiel noch gar nicht herstellen. Erst wenn wir die Werkstatt mal haben. Können wir das dann machen. Und das wird eh noch ein bisschen dauern, bis wir die Werkstatt haben. Ein paar Folgen. So, ähm, Chris, ich glaube, ich kann dich glücklich machen. Wir können Stahl herstellen. Nein. Pass auf. Du musst mal kurz mit hinterlaufen zur neuen Query und Reaktor, weil ich dann setze dich gleich an den richtigen Ort ran. Ja, da passt was rein. Da kann man was mit anfangen. Die Frage ist nur, äh, ich glaube, ich werde aber halt die normalen Doppelchests mit hin platzieren dann. Bis das Eisen und alles fertig ist. Ist ja nicht so tragisch, dass man, also, das muss schon reichen. Wir werden jetzt viel aussortieren noch. Hi. Hi. Nein, Kiste fliegt dich runter. Okay. Siehst du, deswegen wollte ich die Diamond Chests haben. Da passt auf jeden Fall was rein. Reaktor hast du doch nicht größer gemacht. Nee, weil es bringt uns ja nichts, weil wir die besseren Kabel nicht haben. Momentan ist der begrenzende Faktor immer noch die Kabel. Das ist ja das Problem an der Sache. Guck mal, wenn wir die HV-Kabel hinmachen. Wir haben doch hier ein Ding. RF. Der Reaktor geht doch über RF. So, nach Blau müssen wir Cobblestone auf jeden Fall aussortieren, Kies aussortieren, Dirt aussortieren und, äh, Sand aussortieren. Und die ganzen komischen Farbviecher. Die komischen Farbviecher, die werden das nicht so zumüllen, glaube ich. Weil da müsste man entweder noch einen Mülleimer machen oder noch ein bisschen die Diamantpipe umbasteln, aber ich glaube, die werden das nicht so krass voll machen. äh, zack, 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 hier und hier. Ich mach noch ein paar Diamantpipes her. Und hier nochmal Kisten. So, schau mal her. Okay, eine Kiste. Chris, also wenn das nicht reichen sollte mit den Diamantchests, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Es wird ja, 90% von dem ganzen Zeug wird ja aussortiert. Ich schalte den, äh, Reaktor ein. Gleich, liebe Leute, hört einen dumpfen Schlag, wie in der Luft fliegt. Nein, Quatsch. Schade. Ich weiß, wie ich meine Reaktoren baue. Ich weiß, wie ich meine Reaktoren baue. Da brauchst du dir keinen in den Kopf machen. Und ja, die Query hat auch über ein, äh, ist auch ein Stück über die alten, äh, über der alten Query drüber. Aber das ist nicht so tragisch, weil, das ist nur wirklich ein kleines Stückchen, wo die über sich überlappen. Aber ich, wir kriegen halt das ganze, die ganze Fläche da hinten auch noch und vor allem auch das ganze Rubberzeug mit rein. So, ich schalte das Ding einfach wieder auf vollen Radius. Zehn, mehr kann ich, kann man eh nicht mit dem Junkloader machen. Und dann reicht das schon. Dann hole ich hier noch schnell die Kabel mit, die Restlichen, die wir hier noch haben. Und dann ist jetzt die Frage, entweder fangen wir jetzt schon mal ein bisschen mit dem Haus von der, von der Werkstatt an oder nicht. Oder machen wir das dann alles in der nächsten Aufnahme. Können anfangen. Könnten schon mal anfangen, gell? Ja. Bei mir wird schon wieder Nacht. Ich nehme auf jeden Fall die Kabel noch mit. Kannst du nachts schlafen? Nein, ich kann auch tagsüber schlafen, wenn es hell ist. Sei nicht so böse zu mir. Mach ich zur Zeit auch, liebes Minecraft. Das ist überhaupt nicht realitätsgetreu. Ernsthaft. Immer diese Leute, die nachts arbeiten, die müssen tagsüber schlafen. Ja. Die Leute, die da nachts um, um, um halb elf nochmal Burger King fahren müssen und, äh, um was zu essen, weil sie nachts keine Lust haben mehr zu kochen. Ich glaube, das hat noch einen anderen Grund. Eigentlich habe ich nur zu faul. Ich mache mir noch ein paar Iron Chests. Machst du noch ein paar Iron Chests? Also, ich hatte gerade nicht mehr so viel, äh, so viel, äh, Eisen, deswegen habe ich keine Iron Chests gemacht. Dann machen wir gleich, äh, Diamant Chests raus, weil du brauchst eigentlich für, äh, dann nehme ich ein bisschen Sand mit. Elf Diamanten. Du brauchst, äh, 48 Diamanten. Du brauchst für eine Kiste brauchst du nur zwei Diamanten. Dann machen wir gleich Diamant Chests. Jetzt ist es draus. Dann nehme ich ein bisschen Sand mit, weil es wird eher am Glas scheitern bei uns. Oh, ich würde mal sagen, wir haben gleich wieder genug Eisen. Oh, Aua! Ich bin gerade wo reingefallen. Fand ich nicht so schön. Zurück hat die Diamanten mir so wieder Spaß. Ich glaube, dann hättest du mich umgebracht. Was, 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 was? Ach nö, die kann man wieder, äh, äh, kann man wieder im Ofen zusammenarbeiten. Das geht wieder. Unser Heiligtum. Okay, ich habe jetzt auch noch mal noch mal. In einer Kiste. Haben ein bisschen noch mal was gebracht. Und ich brauche dann gleich mal was zum Essen wieder. Ja, dann können wir schon mal ein bisschen für die Werkstatt bauen. Ähm. Ja. Ich überlege gerade, ob ich die Kohle zu Grafitumarbeit pass, Dex. Ja, wäre auch nicht schlecht, weil irgendwann müssen wir hier auch mal einen großen Reaktor herbauen und einen gescheiten. Wo wir das auch brauchen. So spätestens für die Werkstatt braucht man einen Reaktor hier. Braucht man RF-Energie hier. Vor Ort. Und, äh, da würde ich schon dann gleich mal zumindest ein bisschen mit einem größeren Reaktor anfangen. Äh, muss ja nicht gleich ein Riesending sein, aber schon ein bisschen größer wäre nicht schlecht. So, ich habe... Moestone, den heben wir auch mal auf. Ja, den... Ich habe noch... Ich habe noch eine Idee. So, äh, Sand. Ich habe mal ein bisschen was mitgebracht. Das können wir dann gleich mit einschmelzen, weil das brauchen wir für die Diamond Chests. Dein einschmelzt Gott schlecht. Der hat alles belegt. Okay, kein Thema. Ähm, dann fange ich mal an. Ich muss da hinten platzen, sonst habe ich ein Problem. Ähm... Wart mal, Eisen. Haben wir... Haben wir normales... Haben wir gar keine normales Holzmischung wieder? Doch, hier ein bisschen. Ein bisschen. Äh, ich mache den Doppelband dick, oder? Ich mache das Ganze... Kommen wir zu mir. Was? Ich möchte was sehen. Was denn? Achso, du hast keinen Platz mehr. Okay, warum hast du mir das jetzt hingeschmissen? Ich habe jetzt noch ein paar Iron Chests gemacht. Ja, Diamond Chests. Ja, aber ich habe ja nichts dabei. Auch kein Gold. Da brauchen wir ja... Müssen wir ja aus Iron Chests Gold Chests machen und daraus dann Diamond Chests. Gold haben wir doch da. 17 Gold. 64 Gold. Habe ich mir ja gerade genommen. Habe ich doch schon geholt. Äh, soll ich die gleich mitnehmen dann? Weil ich... Hm, ich habe auch gerade irgendwas, was in einem Messerweiler nehmen muss. Bringt. Lauf gerade nicht in die Richtung eigentlich. Gold. Äh, dann kann ich... Ich setze auf jeden Fall noch... Dann setze ich noch mal da hin. Ähm, Ja, ich wollte, äh, da unten nämlich... Hier unten wollte ich das dann hinbauen. Die Fabrik. An die Lagune dran. Mittel vorne raus. Ja, an die Lagune dran hätte ich es gebaut. Aber ich hätte das komische Ding hier erstmal weggemacht. Oh, shit. Ich glaube, wir haben dezente Energieprobleme schon wieder. Ja, ich bin gerade ein bisschen in den Teer eingefallen. Oh, nee. Ich bin gerade ein bisschen in den Teer eingefallen. Okay, 31 EU Power, Max Power 32 EU. Passt. Perfekt ausgerechnet. Ich mache hier unten mal den Teer weg. Weil hier hätte ich dann die Fabrik hergestellt. Hier. Circa. Hätte ich das Fabrikchen hergestellt. Bloß nicht wieder reinfallen, bitte. Weil der Poison Schaden macht doch ein bisschen Schaden. Der tut... Aua. Auch wenn er nur für 10 Sekunden ist. Und ich fliege wieder rein. Wenn du jetzt Zeit hast, bringst du mir Lava einmal mit. Wenn du schon unten bist. Wieso unten? Ja, bist du wo reingefallen? Ja, in das... In das... Äh... In das braune... In die blaune... Braune Plöre bin ich reingefallen. So. In die braune Plöre, weil ich mache hier dann demnächst zu. Hier will ich die Fabrik hinstellen, nämlich. Ähm... Was ist denn das? H-S-L-A-Steel-Scrap? Ich weiß nicht. Könnte man nicht daraus sogar Steel herstellen? Ich denke, daraus könnte man sogar Steel herstellen. Ich weiß es aber gerade nicht, wie. Kannst du einfach mal probieren, in den Ofen zu legen. Vielleicht klappt es ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Mhm. Dann setze ich mal schnell die zwei Diamond Chests noch mit dahin. Und dann... Der baut gerade ganz brav die Bäume ab, was gut ist eigentlich, weil ich brauche ja Holz. Ja, awkward. Hat er schon. Hat er schon ein bisschen. Und Rubber auch. Hier, wo du rauskommst. Wunderschön. Freue ich mich gerade drüber. Also ein Messer, wo ich da kann ich nicht mehr klopfen. Höchstens über den einen Lava-Ofen da, den du gesehen hast, den wir eh machen wollten. Oh, schnell zusammen. Aber den werden wir eher dann in die Fabrik setzen müssen. Oder da oben, weil provisorisch ist ja auch nicht schlimm. Können wir auch machen. So. Die Rubber-Bäumchen sind auch ganz gut gewachsen. Ich würde sagen, ich mache das hier so. Hier muss einen kleinen Weg dahin. Ach, mein Stahl. Was brauchen wir dafür? Nein. It is blessed from days. Vielleicht noch ein bisschen weiter hinter. Ist gleich fertig. So. Und hier baue ich jetzt dann, würde ich mal sagen. Ach, komm, da gehen wir noch einen Schluck hinter. Nein, kann ich nirgends von neu tun. Ich bin, weil ich auch jetzt nochmal, wenn Gold durch. Ich baue jetzt hier einfach mal die Fabrik. Nein, da ist denn wir an. Ja, das da werden wir ein bisschen was haben. Dafür war ja die Quölfe und das Ganze zu euch gedacht. So. Ich habe die Messer aber einen Schaufhoch tun. Vorne würde ich noch, hätte ich gerne noch ein paar Fenster dran, oder? Vorne machen wir noch ein paar Fenster rein. So. Kommen wieder zwei. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Mache ich hier drei. Oder nee, wir machen nur zwei. Machen nur zwei und dann nochmal ein zweier Fenster. In der Pölle hole ich auch mal da raus. Dann hier. Okay. Dann wären wir hier. Und dann würde ich sagen, warte mal, machen wir hier schon die Maschinen her. Genau, dann machen wir hier auf die Höhe die Maschinen her. Und da ich ja doppelwandig hinten will, mache ich so. Zwei. Gehen wir mal, lassen wir uns mal ein bisschen Platz nach hinten. Machen wir mal drei. Dann haben wir eine Dreierwandung hinten. Also drei frei. Wo wir dann Kabel etc. legen können. So, die Frage ist jetzt, was brauchen wir alles denn? Später mal. Schon ein bisschen was, gell? Mhm. Daher brauchen wir, also ich würde mal sagen, vorne im Eck das MFE wieder oder das ME-System rein. Ja, dass wir halt so ein recht äckliches Staple haben und dann würde ich aber diesmal die Dings, die Storage hinten reinsetzen. Ja, ja, können wir auch mitmachen, aber ich lasse jetzt einfach mal überall drei frei, oder? Ich mache jetzt das so immer für drei, äh, für drei Geräte, also zweimal drei Geräte, insgesamt sechs Geräte. Mache ich den Platz und dann, äh, können wir das her hinsetzen, okay? Machen wir das so. Oder so. Aber ich muss erst mal gucken, was mir alles angeht. Wie viele Geräte Schafften wir dann brauchen. Und die eine Seite würde ich sagen, machen wir mal für Geräte, die mit RF funktionieren, die andere Seite dann für Geräte, die mit EU funktionieren. Das wäre so ein bisschen das Geschickteste, oder? Dann haben wir nicht die Kabel, die sich hier x-fach überlappen. So, drei frei, dann können wir hier das ME-System, äh, das MSME-Zeug aber hermachen. So, dann mache ich hier einfach wieder es wird wieder Nacht, also, falls du schlafen in der, schlafen könntest, wäre es nicht schlecht. Such mich. So. Ähm, dann mache ich wieder drei, äh, drei dicht. Und dann lasse ich wieder drei frei. Okay, das mit, äh, wird ein bisschen eng werden, da ich hier jetzt anfangen muss, den Berg abzureißen dafür. Das tue ich in Gold. Hier ein bisschen abreißen, dann kommen wir, haben wir hier eine gute Werkstatt, wo wir immer alles schön hantieren können. Okay, drei, äh, drei frei. Dann ist hier wieder, zack, die nächste Maschine. Oder das nächste Zeug. Ich weiß gar nicht, was wir alles wegen brauchen. Das Geile wäre halt, wenn ich jetzt in Creative Mode gehen könnte, von euch aus, und einfach mir mal die Geräte herstellen dürfte, dann könnte ich nicht die Werkstatt danach bauen. Hä, hä. Aber ich weiß nicht, ob das immer so ist. Also, merkst du es so, du holst dir die Geräte, baust du was, dann wieder ab, die Geräte. Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Und zwar, ähm, hier zum Beispiel Thermal Expansion, und zwar werde ich einen, äh, Pulverizer werden wir brauchen. Pulverizer. Interdactus-Maurer. Äh, Flui, äh, Magma Crucible, glaube ich, und Fluid.